Ich weiß mir, dass du mehr als ein Großmaul mit einer Glückssträhne bist. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ach, wirklich? So Leute, ich habe meinen Wagen ein bisschen getunt. Nitro auf das vollste, was geht. Also 8,8. Ich habe gerade fast die Zähne mal geklackt, quasi. Da spielen sie dann tot, alle nach rechts. Das Auto fährt jetzt schneller. Hat immer auf die Stufe... naja, nur die Stufe 201. Aber wir sind dort hier im Vorteil jetzt. Soll ich es aufschauen. Ich brauche da schon keine Alfenzune zu machen, damit man besser fahren kann. Obwohl doch... Da fährt alles nicht. Eine ganze Menge. Also gut vorbereitet für diesen Kampf gegen die Liga. Dann mal nur mal schauen. Und jetzt ist die Katze gedreht. Und jetzt ist die Katze gedreht. Ist die Katze gedreht. Ich brauche. Irgendwas. Irgendwas. Schau mal, ein Gegenlenker. Oh ja. Nein. Boah. Nicht nachlassen, gleich hast du's. Ja, gleich ist das. Und noch ein paar Kilo. Na komm. Boah, boah, boah. Ja, verdammt. Und hab ich's drauf? Das ist doch echt nervig. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Und eine Million ist wieder draufgekassiert. Speedcard, komm her. Hm. Hm. Die Größen werden mir egal. Sprung wäre mir egal. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich das bräuchte. Also verkaufe ich es. So. Das war ja freigeschaltet. Gut. Na dann. Hä? Ich bin also nur ein Showman, hm? Ich geb zu, du kannst fahren. Aber denkst du echt ein paar akzeptable Sprünge beeindrucken mich? Und was genau wäre nötig, um dich zu beeindrucken? Zunächst einmal könntest du aufhören, es zu versuchen. Meine Mädchen müssen sich ein bisschen austoben. Falls du nicht zu viel Angst um deinen hübschen Lack hast, fordere sie doch als nächstes heraus. Ja. Wir sind die ganze Zeit mit den Mädels gefahren, aber okay. Wir haben alle verloren und sie... Jedes Mal sind sie nach rechts gesprungen. In den Tod. Versichert. Egal. Leute, das war's. Wir sehen uns dann beim ersten Part. Bis dann, tschüss.